Hallo Freunde der Gefektenurteilung, wir sind zurück, bei Distance. Diesmal werde ich den Lappen zeigen, wie das hier funktioniert. So wie ich das spielst du heute auch nennen. OH FUCK SHIT! Ja, das beschreibt es auf jeden Fall auch sehr gut. Ich bin auch Moos. Da fühlt man sich erstmal wie ein Känguru am Anfang. Nein, oh, I'm firing my lasers. Oh, was ist denn hier los? Ich sehe gar nix. Oh, ich bin noch ein Laser. Ja, genau hier bin ich gerade gestorben. Nein, was ist das denn? Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich auch. Oh, die Laser fahren hier plötzlich hinterher oder rum? Ach, keine Ahnung. Gegen diese Dampfwalzen bin ich gesprungen. Mehrmals. Oh nein. Bitte zieh dich an mit deinen Magneten unten. Ähm. Nein. Nein. Was geht denn jetzt hier ab? Jetzt dreht sich hier die Strecke. Dauerhaft. Wuhu. Autsch. Ähm, Leute? Leute? Hallo? Wieso hört das nicht auf zu fallen? Saut ja ewig. Ganz knapp geschafft. Oh Junge. Ah, herrlich. Aua. Es geht so weiter, wie ich es beim letzten Mal aufgehört hatte. Mit Chaos. Ich glaube, es ist immer bekannt. Ja. Wo es noch in der Kreise hängen, Alter. Hier ist alles, was das Herz begehrt. Ja. Ich bin sofort. Wut ich meinem Auto. Oh Gott. Das sind Sachen, die möchte ich meinem Auto gar nicht zumuten. Du nicht? Aber ich muss. Ich muss. Hahaha. Geht das schon wieder raus? Nein, das kannst du nicht bringen, ey. Da kann ich mich ja nicht mehr konzentrieren, wenn du das machst. What the fuck? Wenn du hier nichts sieht in den scheiß Tunnel. Nein. What the fucking hell? Was war denn das? Ich bin irgendwie rausgeflogen hier. Zwischen den Schreddern sind auf einmal noch so Wände. Langsam ist immer Feuer. Danke für die Warnung. Hahaha. Wie du bist hinter mir? Nein, ich bin gegen den Ventilator gesprungen. Hahaha. Bin ich Erster? Die kleinste Kämme der Welt. Mit Kreis kannst du das nachgucken. Ihr drückt jetzt grad bestimmt keinen Kreis. Ich bin Erster. Oh Mann ey. Mach dir nichts draus. Jeder fühlt sich mal als Erster. Ich bin tot. Ich bin einfach mal geradeaus gefahren. Man hat links, rechts und geradeaus. Sieger gehen oben lang. Die Kreissäge hat mich zerselbelt. Ich bin schon wieder tot. Hahaha. Bei denen hört sich das viel spannender an als bei mir. Hahaha. Was ist das für ne Kreissäge, Mann? Wer baut so ne Scheiße? Oh- llega Wow. In diesem Scheiß-Tunnel nicht sehen. Das ist viel zu hell. Machen Platz hier. Welch? Hahaha. Hahaha. Was macht ihr denn da? Kopf an Kopf rennen! Ach mannn.. du bist noch nicht im Ziel? Nein! Ich dachte du guckst uns schon zu! Nein! Links oder rechts Ronny? Weiß ich nicht! Sieger gehen rechts lang! Sieger gehen oben lang! Durch die Mitte! Weil ich bin der Sieger und ich hab das so gemacht! Ah du interessierst mich! Aber ich war der Sieger! So ich guck mal ein bisschen hier Ex-Prisor zu! Und da ist Glambold! Oh mein Gott! Da fährt er einfach aufm Dach weiter! Auto! Läuft! Oh Mann! Aua! Ach ja! Oh Mann! Was macht denn das Auto? Wo bin ich hier? Oh nein! Was machst denn du? Ich weiß es nicht! Sieg! Was? Sieg hab ich gesagt! Ja aber es ist kein Sieg! Für mich schon! Weil du gegen den Lappen gewonnen hast der irgendwie... Ja ich gegen den Lappen gewonnen hab der die 80% der Strecke vor mir war! Aber guck der Mann wie der fährt! Das ist doch kein Wunder! Das ist doch kein Wunder! Komm Auto schafft man! Auto! Am wenigstens auch mal coolen Abgang! Man siehts leider kaum weil ich irgendwo durch Strecken guck! Ja! So jetzt dreh dich doch mal richtig Dude! Okay okay! Jawoll! Fast überdreht aber... Naja! Juhu! Juhu! Oh no! Sag mal zu viel! Die Strecke wurde dann 1,50 gefahren! Ja! Naja! Ich guck hier Expreso noch ein bisschen zu wie er failed! Hüpf Stopp! Oh! Er muss wieder von ganz vorne anfangen! Von dieser Passage! Ja! 1,5 Kilometer hast du noch übrig! Wie weit weg war's denn? Okay! Nächste Map! Ja! Gucken wir mal! Hoffentlich werde ich nicht wieder mit Abstand Erste! Wenn das ist... Ja! Fahr weiter hinten! Ja! Aber wer bremst verliert! Kann nix dafür, wenn ihr so langsam seid! Es gibt ja bestimmt mega Cuts die ganze Zeit! Ja! Wenn du fliegst bestimmt! So! Ohne Problem in den ersten Abschnitt geschafft! Ohne Problem in den zweiten Abschnitt! Fass auf! Ich hab eine oberte Teil! Ich hab ein Alves Auto! Ich hab's noch ins Dings geschafft in Checkpoint! Ich hatte nämlich auch nur noch Alves! Gibt's hier wieder geradeaus? Gibt es nicht! Ja! Ach man! Was mach ich denn? Warum spring ich denn? Ich retard! Hallo? Karre? Karre? Hi Ralf! Ich bin runtergebein! Ich bin runtergebein! Wie hieß denn, ist dein Magnet schön stark? Krieg ich noch mal ein paar Gegner? Oder wann kommen die? Die müssen mal in den Laser vorbei, ja? Oh! Die fahren plötzlich die Ketten sägen! Oh, oh 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 oh! Ich schwach! Oh 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 oh! Was geht denn hier ab gerade? Ja, yo, natürlich. Das ist ein realistischter Spiel. So, weiter geht's. Ja, bloß noch eine Hinterachse. Da wurden wir noch Rad abgesäbelt. What the fuck war das? Es fährt noch. Was mache ich denn hier? An diesen komischen Fleischklöpsen. Was ist das denn für ein Scheißding? Das stellt sich einfach in meine Fahrtrichtung. Das poppt hier auf und stellt sich dann dahin. Nö, nö. Oh, ich war langsam genug, damit es mich nicht zerstört. Ich hoffe, die habt ihr auch. Was? Diese Dinger, die plötzlich vor euch fliegen und euch dann wegficken. Keine Ahnung, ich bin glaube ich so weit hinten. Egal, die müssten... Die kommen glaube ich für jede Person. Nö, nö du. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich sie noch sehe, bevor das Ziel vorbei ist. Doch, das glaube ich schon. Wo muss ich denn hin? Links lang. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist es. Genau das Ding. Er ist vor mir jetzt sogar. Oh ja, easy. Nö. Noch so'n Ding. Wenn du verteilen! Dann geh dich ab! Oh! Woah! Halt! Da vorne ist Marcel! Ja! Ich bin vor Kartenweg gefahren! Ja! Ich kann noch verteilen! Oh, you're fucking kidding me mate! Nein! Oh, ich hab's überlegt! Ich seh nix! Du! Gleich sägen! Gleich sägen! Gleich sägen! Gleich sägen! Dunkel! Laser! Dunkel! Oh, ist irgendeine Magmascheiße! Laser! 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 Nein! Oh, doch! Was ist das denn?! Das was hat gewischt! Hahaha! Ah! Hat mich geblitzt! Geblitzt-Dingst? Nicht nur geblitzt. Ich glaub ich krieg'n Schraubzettel. Jo! Jo, Preising! Jo! What the fuck war das denn?! Ich bin... Wow, 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 wow! Wo kommen die denn her?! Hahaha! Da war ne Wand! Ja! Wo fahr' ich denn jetzt rum?! Bin zu vergessen, Mann! Wieso fahr' ich jetzt hier unten noch?! Ich werd' nicht des-respawned! Nein! Oh, Preising gekommen! Jetzt! Oh, bist du auch einfach mit voller... Dings da durchgeheizt... Oh! Jetzt fahr' ich ja grad auf'n Exploit-Weg lang, wo keine... wo... nichts ist. Aber... das Ding nicht bekommen hab' den Checkpoint, schade. What the fuck ist das denn jetzt hier?! Ich muss den ganzen Weg nochmal fahren! Hahaha! Hahaha! Nein! Ich... ich leb' noch! Das Wort geblitzt! Alter, da waren so viele Laser nebeneinander, ich hab's irgendwie... Ich weiß, ich bin... nur noch... zwei Reifen! Mit 300 Sachen durch ne Spielstraße! Brauchen wir sich nicht wohl, wenn man geblitzt wird! Und der Führer schon weg ist! Jawoll! Und dann, wenn die Pleppen fort sind! Na! Ne Kreislinge! Jawoll! Was ist das denn? Die Maps werden auch immer länger, ey! Das ist so he... heftig! Hahaha! Ich dachte, Ronny war vor dir! Vor mir? Wie sollte denn vor mir sein? Genau! Ich dachte, das hätt' du vorhin gesagt! Ich hab' da mal... Nö! Die Kreislingen, Alter! Ah, jetzt kommen wir gleich zu diesen... In meinem letzten Abschnitt hab' ich mich verwacht und bin ich unten rechts lang gefahren! Jetzt kommt... ja... Einfach rechts da runter geflogen! Ich bin, ich bin irgendwie runtergefallen und dann richtig weit unten links gedüst! Ah, ich auch! Ich weiß auch nicht, so... Da war gar nix! Kannst du jetzt hier, oder was? Ja! Ich auch! Hahaha! Ich hab' mal geile Hünfe! Hahaha! Ich gratuliere, ey! Mann, Mann, Mann! Okay, jetzt! Okay! Alter! Und die Maps werden immer länger! Wenn's... Die werden doch immer schlechter! Hahaha! Wie können wir denn immer schlechter werden? Das heißt doch, Übung macht den Meister! So werden wir immer besser! Juhuuu! Da war ne Kreissäge! Hahaha! Und ich fliehe! Ich kotze ab! Wieso fahr ich denn Ralf hinterher in den Tod, ey! Nein! Hahaha! Manchmal ist der Boost aus... Schon wieder! Hahaha! Hahaha! Hör mal auf, hier! Bist du mir da schon wieder hinterher gefahren? Ja! Bist du gestorben? Nee! Zum Glück nicht! Oh, Dude! Mach keinen Scheiß! Ich muss den hinterher fahren! Ich bin tot! Bist du vor uns oder hinter uns? Im Erster! Holy Shit! Wo ist der langend, Alter? Der hat irgendwo gecuttet! Na rechts ist er! Ja, er hat irgendwo gecuttet, den Weg! Oh fuck! Fuck! Warum hab ich meine Flügel lang gemacht? Fuck! Fuck! Das hab ich mich grad auch gefragt! Wo längst muss ich? Wo bin ich? Wie rum flieg ich? Hallo? Wo? Wo ist der Weg? Der da ist lang! Halt! Hahaha! Fuck! Fuck! Ich bin hier dreimal im Kreis geflogen gerade! Gibt Stoff, Junge! Hahaha! Gut gelandet, Dude! Fuck! Aber ich fahr noch! Manchmal ist es wundervollen einfacher, als weiter zu fahren! Ja! Hahaha! Hahaha! Wie weit ist der Typ denn vor uns? Ja, gute Frage! Aber ich glaub ich hab die Kreisheben gefunden, die er meint! Kein Plan! Also möglich wärs ja! Ja! Aber... Der vorne ist Chappy! Den seh ich wenigstens noch! Easy! Dude! Wir sind ja schon im Ziel! Der hat gecuttet! Ich bin kaputt! Ich frag mich nur wo der gecuttet hat! Direkt am Anfang irgendwo, oder? Als er da viel zu weit geflogen ist! Ja! Aber wo? Kein Plan! Er wird es uns ja auch nicht sagen! Hört man ja schon raus! 60 Sekunden Deft heißt das! Am Anfang war auch die erste Kreisheben! Was war denn das?! Wird gelasert! Und er fliegt noch! Jetzt nicht mehr! Wie du aussiehst, ey! Also ich wär ja ungern der Fahrer jetzt da! So, bei der ersten Kreishege! Wie spät ich reinkam, ey! Okay! Okay! Okay, okay! Jetzt mach ich euch alle jetzt hier! Gibt's irgendwo hier eine Pfeilrichtung, wo man lang muss oder sowas? Keine Ahnung! Gibt's eine Pfeilrichtung, Ronny? Nö, eigentlich nicht! Wenn du irgendwie unterwegs rumfliegst! Ja! Einfach Gas geben! Team Gas! Ich will Spaß! Hm? Das ist schon ziemlich weird, wenn Ronny auf einmal unter uns fährt! Mhm! Ronny ist halt ein Weirdo! Ja! Warum lande ich denn da drin?! Nö! 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 Doch! Das war's! Oh, Checkpoint geschafft noch! Oh, wo bin ich denn ganz?! Nö! Wieso fliege ich denn?! Warte, wie schnell die Karrie überhitzt du mir den Level! Oh, Shit! Oh, Gott! Das ist nicht meine Map! Das ist hier ganz und gar nicht meine Map! Was sind denn alle vor mir? Ich bin hinter dir! Warte, du musst nur Ronny vor mir! Ich seh dich da nur nicht vor mir rumdüsen! Ähm! Wo muss ich denn jetzt hin?! Ich hab keine Ahnung, Mann! Ich falle! Ich auch! Vielleicht falle ich auf die Map! Oh, nicht sehr lang! Ich falle auf die Map! Map! Zieh mich ran! Like a Boss! Zieh mich ran! Sie hat mich rangezogen! Fuck! Ich fall immer noch! Gibt's hier keinen Schnellreset-Knopf? Keine Ahnung! Wie sagt man das, Kai? Er sagt uns das nicht! Ah, das gibt sogar Cockpit-Perspektive! Ja! Hab ich auch schon gesehen! Warte, zieh ich mir jetzt mal rein, ey! Da ist dann doch eigentlich die Frage, wie es aussieht, wenn du weggesenzt wirst! Hahahaha! Muss man machen! Ja, okay, mach ich! Komm! Do it! Cockpit! Bist du wieder tot, ey! Aber es wäre nur fair, wenn wir alle Cockpit fahren! Ich bin grad Cockpit! Ich auch, aber die Geschwindigkeit wirkt überhaupt nicht hart, wenn man im Cockpit ist irgendwie! Oder bisher! Und ich find kein Laser oder so, womit ich mich mal hier kurz wegsensen könnte! So teilweise zumindest! So, teilweise zumindest! Ich bin tot! Da sind Laser! Ah! 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 Ah, ich bin aber jetzt im Ziel! Das ist ja... Gar nicht mehr so cool! Wenn man nochmal gucken wollte, wie es weggesenzt aussieht im Cockpit! Macht euch nix draus! Jeder kann mal gegen den Besten verlieren! Zu blöd, dass ihr hier nicht mitfährt! Oh! Ich weiß nicht mal, wo ich bin! Und wie weit ich hinten bin! Hast du ja jetzt noch 60 Sekunden oder so? Ich seh nix! Nein! Alter, Cockpit, du kennst ja gar nix! Ja, ja, ja! Ich fahre nicht von rechts nix lang, wenn es gerade außerhalb noch viel einfacher ist! Oh, ein Scheiß! Ja, knapp fünf Minuten später! Hast einfach all dein Skill gezeigt! Ja, Mann! Ja! Überlebe die Strecke! Okay! Wenn's mehr nix... mehr nix ist! Brauch ich das doch! Oh shit! Oh shit! Ich weiß nicht, die hat mich jetzt in den Ding gebracht, ey! Ne! Wieso... Wieso bin ich hier wieder hinterher gesprockt? Du bist auch gestorben! Ja! Was bist du von Mongo! Keine Ahnung, ich bin hier hinterher! Keine Ahnung, ich bin hier hinterher! Du fährst nur so scheiße wie ich! Weiß ich auch nicht! Weil eigentlich bist du in Rennspielen immer ganz gut! Ja, aber das ist kompliziert! Ich kann nicht in Cockpit-Perspektive fahren! Da ist kein richtiges Rennspiel! In Cockpit-Perspektive geht ja gar nix, ey! In Cockpit-Perspektive geht ja gar nix, ey! In Cockpit-Perspektive geht ja gar nix, ey! Man sieht nichts! Da springt man erstmal zu spät, oder gar nicht! Und da fliegt man erstmal aus der Map, liegt aber nicht an der Cockpit-Perspektive, weil die fahr ich schon gar nicht mehr! So, ich resette mal jetzt! Wir wollen ja hier ein bisschen... Geising! ...ein bisschen mehr zeigen! Aber jetzt könnte ich schnell ins Cockpit springen! Ah, ich hab's nicht geschafft, mich wegsenden zu lassen! Fuck! Das will ich jetzt hier unbedingt selber mal sehen! Und zeigen! Ach, komm! Dreh dich auf! Dreh dich auf! Ja! Ich... Totale Verwirrung! Ich bin doch irgendwie dabei! Ja! Ja! Ich bin immer noch irgendwie dabei! Ja! Jetzt bin ich nicht mehr dabei! Okay! Nee, Cockpit geht echt nicht! Das geht echt nicht klar! Man sieht nichts! Aber ich versuch's halt trotzdem, weil ich will natürlich... Jetzt hier! Hier ist ein Blazer! Ich hab ihn nicht richtig getroffen! Den da vielleicht jetzt! Man sieht das richtig im Cockpit dann! Dude! Jetzt bin ich wieder repariert! Jetzt kann ich wieder rausspringen! Jetzt haben wir es alle mal gesehen! Man sieht dann, wie die... Wie die Hälfte richtig fehlt! Finish! Ja, ich war mehr damit beschäftigt, hier... Unseren Zuschauern was zu bieten! Ich hab keine Ahnung, wo ich langgefahren bin! Ich bin irgendeinen abstrakten Weg gefahren! Und hab als Erster das Ziel erreicht! Obwohl ich Zweiter war! Ja! Das sieht witzig aus! Ja, mach nix! 40 Sekunden hab ich noch! Ah! Das ist ne Drucksituation, mit der ich nicht umgehen kann! Ja! Das war ziemlich knapp! Ich wär voll gegen das Ding sonst gefahren! Ach! Kein Ding! Oh! Ronny ist ja auch schon im Ziel! Ja! Der hat gar nix gesagt! Was mit dem! Aber egal! Ich hab high concentration! Egal! Das war's! Für diese Folge! Also liebe Freunde, ne? Däumchen! Werden Träumchen wie ihr Floyd sagen Wörter! Und lasst einen Kommentar da! Und wenn ihr nichts verfassen wollt! Abo wird toll! Bis dahin! Haut rein! Ciao! Geil Sahne schnitt!